Hallo meine Freundinnen und Freundinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schreiben wir einen neuen und schönen Brief für B1 Prüfung. Danke für Ihre Unterstützung. Es bedeutet mir wirklich viel, dass Sie meinen Kanal schätzen. Ich werde weiter hart arbeiten, um Ihnen interessanter Inhalt zu liefern. Bleiben Sie daran, viel Erfolg und los geht's. Beschwerde an die Hausverwaltung Die Aufgabe Sie haben einen Kellerschlüssel verloren und brauchen eine 9. Sie haben einen Kellerschlüssel verloren und brauchen eine 9. Sie haben schon bei der Hausverwaltung angerufen, aber nach drei Wochen immer noch keine neuen Schlüssel bekommen. Sie schreiben nun an Herrn Müller von der Hausverwaltung. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Die Punkte sind Erster Punkt Grund für ihr Schreiben Punkt Nummer 2 Hinweis auf den Anruf vor drei Wochen Punkt Nummer 3 Bis wann soll er etwas tun? Und Punkt Nummer 4 Was soll der Hausverwaltung machen? So Leute, das sind die Punkte. Jetzt schreiben wir zusammen die Lösung. So meine Freundinnen und Freundinnen Jetzt schreiben wir die Lösung Offizieller Brief Wir schreiben zuerst Ort und Datum Beispiel Berlin den 24. September den 24. September Sehr geehrter Herr Müller Erster Punkt Grund für ihr Schreiben Leider habe ich meinen Kellerschlüssel verloren und brauche eine 9 Sehr geehrter Herr Müller Leider habe ich meinen Kellerschlüssel verloren und brauche eine 9 Das war der erste Punkt Grund für ihr Schreiben Die Punkt Nummer 2 Hinweis auf den Anruf vor drei Wochen Vor drei Wochen habe ich schon mit ihnen telefoniert aber bis heute haben sie mir keine neuen Schlüssel geschickt Leider habe ich meinen Die Punkt Nummer 3 und 4 Bis wann soll er etwas tun und was soll der Hausverwaltung machen Ich möchte Sie bitten Ich möchte Sie bitten mir den neuen Schlüssel und die Rechnung so bald wie möglich zu schicken Im Keller liegt die Winterkleidung meiner Kinder die ich jetzt dringend brauche Die ich jetzt dringend brauche Es wäre sehr nett wenn Sie mir das so bald wie möglich erledigen würden Vielen Dank Vielen Dank Voraus mit freundlichen Grüßen und Sie schreiben Ihr Vor- und Familiennamen Es wäre sehr nett Es wäre sehr nett wenn Sie das so bald wie möglich erledigen würden Vielen Dank Voraus mit freundlichen Grüßen Ihr Vor- und Familiennamen So Leute Wir haben schon die alle Punkte geschrieben Das war die Lösung Wir lesen zusammen die komplette Lösung noch einmal Die Lösung Berlin den 24. September 2023 Sehr geehrter Herr Müller Leider habe ich meinen Kellerschlüssel verloren und brauche einen neuen Vor drei Wochen habe ich schon mit Ihnen telefoniert aber bis heute haben Sie mir keine neuen Schlüssel geschickt Ich möchte Sie bitten mir den neuen Schlüssel und die Rechnung so bald wie möglich zu schicken Im Keller liegt die Winterkleidung meiner Kinder die ich jetzt dringend brauche Es wäre sehr nett wenn Sie das so bald wie möglich erledigen würden Vielen Dank Voraus mit freundlichen Grüßen Vorname und Nachname So Leute Wir sehen uns jetzt am Ende des Videos Ich danke euch fürs Zuschauen für eure schönen Kommentare Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Prüfung Beste Grüße von mir Bleiben Sie gesund Wir sehen uns schon bald wieder Bis dann und Tschüss Bis dann